Scheiße! Oh fuck! So viele! Ich hätte gern auf jedem Turm... Also hier hätte ich gerne noch einen zweiten Bogenschützen und hier hätte ich gerne auch einen Soldier drauf, genauso wie hier. Danke. Geht ihr mal? Bauen wir noch ein paar Ladies. Wenn es gut läuft, kann ich da noch eine Fischerhütte setzen. Jawohl. Ich hoffe nur, dass sie safe ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte hier auch mal einen Turm bauen. So. Meine kleine Burg. Haben wir noch Energie? 8. 28. Gut aus. Cool. Ihr seid zu viert, das passt. So. Und dann machen wir uns einfach auf. In diese Richtung der Map. Und dann funktioniert das. Ich weiß nicht. ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht nicht. Das ist das andere Linkspanien. Ich weiß nicht. Himself nicht ist. Aber. Ich weiß nicht. 4 parke ich hier ein ihr könnt ihr bestimmt noch ein bisschen schießen so dann bauen wir hier noch mal ein paar ladies hin rückt weiter vor und wir können bestimmt hier in tor heimladen ok machen wir mal so kann ich da eigentlich nie kann ich nicht jagd für turbo wäre es noch ganz cool hier nicht so offensichtlich hier ist doch wieder wald so da kommen wir mal hier ran 10 11 11 10 10 ich kann hier auch noch rein wass up any infected around Das war's für heute. Ja, ja, ist grenzwertig. Komm, wir brauchen noch einen. Geht mal alle da hoch. Geht das? Sniper kann nicht. Ey, der Flo ist ja doch noch da. Hi, Flo. Nein, 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 nein. Das will ich da gar nicht hin. Das muss schon schön aussehen. Ich brauche Eisen jetzt. Auch geil. So, im Prinzip muss er jetzt aber hier noch ein Bogie rein. Hätte ich gerne, ich hätte gerne hier zur Sicherheit noch einen. Und ich hätte gerne auch da unten rein. Kommt nämlich schon irgendwann mal was vorbei. So, dann bauen wir uns jetzt hier eine kleine neue Armee aus. Sniper, hast du da nur nicht hochgepasst? Komm, geht so. Mobilen Eingriffsgruppe, Truppe. Was rede ich da? Sieben, acht. Naja. Was? Sie kommen vom Norden. Wir bauen schnell eine Mauer. Sie kommen vom Norden. Lade alle aus. Oh, das dauert zu lange. Lade alle aus. Wo bleibt die Wave? Lade alle aus. Und ich baue Mädels. Du wirst mich dafür bezahlen, oder? Ja, ja, ich zahle dich bestimmt dafür. Der wird nie alt. Komm her. Was? Okay, vielleicht soll ich einen Bogenschütze da immer lassen? Eine neue Aufgabe. Meine Bogen und Marien sind besser. Okay, die Welle kommt wirklich von oben. Ach, die Türme fertig. Boah, mehr, mehr Mädels. Einsteigen. Ich weiß nicht, wie viele da reingehen. Steigt ein jetzt. Scheiße. Oh, fuck. So viele? Ja, 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 ich hoffe, die hält noch ein bisschen die Mauer. Gut, dass sie jetzt noch am Turm hängen. Jägers Veteranen. Reparier den Scheiß. Das besser wäre gut. Meine Blumen und Arrows sind bereit. Du brauchst mich? Was? Huhuhu. Du wirst mich für das bezahlen, oder? Komm schon. Let's go. Was? Was habe ich jetzt da noch stehen? Du wirst mich für das bezahlen, oder? Den habe ich nicht angerührt. Den auch nicht. Da welche drauf. Unten haben wir nur noch einen Bogenschützen. Also ihr runter. Ihr runter. Du drauf. Was haben wir jetzt da noch stehen? Naja. Ne, da wollte ich nicht hindrücken. Kommt da einfach so in der Welle. Ich kriege die Krise. Da fehlen noch zwei. So, das will mal irgendwie Eisen erschließen irgendwo. Ich weiß, wenn ich im Pause-Menü Häuser bauen würde, würde ich die Ressourcen erstattet kriegen. Und ich, ähm, weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, warum ich das nicht mache, immer. Ist halt so. Ist halt so. Meine Rettung ist bereit. Ja. Was ist denn? Einfaches infectiert? Ich muss es explodieren, Carl. Das hier wäre ja wieder nur... Warte mal. Hol das mal. Also. Kann ich damit... Yeah. Ein paar Marines ausbilden. Müssen wir mal was töten. Sonst gehen wir drauf. 200 haben wir schon. Ich glaube 600... Aber wir brauchen... Wir brauchen... Ne, wir produzieren ja auch Gold, ne? Wie ist denn das? 율isch. Ich bin dran. Intensiert. Ich bin dran. Das ist bekannt. Ich bin dran. Die Arbeit geht. Ich bin dran. Da ist ein Turm, der wird das schon verteidigen, irgendwie. So, und wir bauen einfach jetzt auf dem Platz, den wir haben, weiter unsere City aus. Noch ein Ding, es geht nicht. Ein super uneffektiver Hecht-07. Ey, bitter, ne? Das wird's wahrscheinlich jetzt schon gewesen sein. Hier unten würde noch einer gehen, aber der hat sogar nur vier. Ja, wir bauen ihn trotzdem. Ich will an das Gold rankucken. So, Strom haben wir schon lange nicht mehr gebaut. Mach mal... keine Ahnung. Du bist gejagt. Komm, kritische Masse, wir räumen ein bisschen auf. Was mir ein bisschen Sorgen macht, wir haben hier... Halt, na, ich hab nur in eine Richtung erforscht, ne? Ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche. Da ist Gold. Da wollen wir hin. Schaut, dass er wegkommt, die scheiß Zombies. Okay, das war zu nah hingelaufen. Okay, verstehe ich. So, was ich hier geht? So, ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche. Ja. My bow and arrows are ready. Bullseye. Let's go. Ooh. Bordea duck. Bordea, duck. Oh, more orders. You are gonna pay me for this, right? Bordea, duck. Räumt die Goldmine frei. Komm schon. Ha! Frag mich, ob ich mich dahin ausbreite. Aber ich muss noch... Na, wo habe ich Missions-Informen? 700. 700 muss meine Bevölkerung groß sein. Bleib mal da. Wir müssen dann sowieso... Hier raus. Hör, hör, hör! Hör, 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 hör! Wo do you worry would you've punished? Wo is that? The train has arrived at the station. That's a certain kill. Like a snake is playing. Attention, building completed. so wie schaut es denn hier mal technisch jetzt aus hier würde das gehen so vielleicht und dann setzen wir hier vielleicht noch nicht genug nahe da geht schon wieder los 9 4 Alles, was ich jetzt kille, ist nachher bei der Wave weniger. Logisch, ne? So many targets, gotta love it. My rifle is ready. Yes, tell me what to kill. My bow and arrows are ready. My bow and arrows are ready. Ich wollte mal, hier könnte ich doch bestimmt verziehen. Die nächsten Fischer bauen, genau. Und dann sollte ich mich lieber mal zu den Goldstirmen bewegen. My bow and arrows are ready. 1-4-4-K. Wir sammeln uns nochmal hier. Hier ist ja keine Verteidigung momentan. Einfach mal weiter, die Ladies. Eisen haben wir nicht. Hopp, hopp. Ist ja prima, wenn ihr hier so schön herlauft zu mir. Aber nicht alle auf einmal, bitte. Sonst könnte es Klopapierknappheit geben. Wenn ihr wieder anfangt zu hamstern. Wenn ihr wieder anfangt zu hamstern. Ja, ich bin wieder anfangt zu hamstern. 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 Sollen wir vielleicht zu nah an der Hauptbase vielleicht noch eine zweite Reihe Mauern ziehen? Nein. Irgendwie ist das nicht zielführend, was ich hier mache. Unsere Verteidigung wird angegriffen. Was? Wie viele seid ihr hier? Nur zwei? Jetzt kommt es mal schirm, wenigstens mal Richtung eine Geldquelle. Und dass die hier durchkommen, kotzt mich gerade an. Ach Gott, das ist ja meiner. Ist da oben dicht? Ja. Hier geht es wieder. Ja. Eine neue Tats? Ja, erzähl mir, was zu töten. Royal Dad. Ich muss was töten. Ich muss was töten. Oh, scheiß Eisen. Nicht genug Material. Was fehlt? Narben. Natürlich. Da ist was zum einsammeln. Ja, komm. Nein. 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 Das ist was. Ich bin da etwas zu lösen. Und nichts besser als ein Blutier durch einige Spiele. Kommt da eigentlich eine Welle nach der Zeit oder muss ich einfach nur fertig sein mit meiner Siedlung? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Boah, ja. Schick mal ein paar hier hin. So, kann ich jetzt welche bauen? Ich habe doch Eisen eingesammelt. Ach Gott, hier kann gar keiner kommen. Da wollte ich gerade eine Mauer einsetzen. Ja, nice. Was, aus dem Westen? Okay, zurück, Leute. Dann, ähm, tun wir... weiß ich gar nicht. Ich habe eigentlich jetzt genug Truppen, oder? Und wenn da wieder so übertrieben viele kommen. Dann, äh, stellt ihr euch hier dazu. Ihr steht ja hier schon. Ein paar hier oben hin. Mach leer. Ist aber einen da. Ja, ich glaube, ich brauche es hier hin. Ihr auch leer machen. Der Turm ist eh fast überflüssig mittlerweile. Ah, weiß man nicht. Komm her. Kommt her. Wir sollten auch... Wir könnten... Oh. Ganz easy hier zuhören, muss ich sagen. Oh. Sie sind hier... Oh, shit. Warte mal. Das wollte ich nicht. Also, ihr rennt hier runter. Oh. Ihr rennt hier hin. Ihr rennt hier runter. Ihr... ... ... ... ... ... ... Ihr rennt da hin. Ihr rennt da hin. Ihr rennt da hin. Wieso kommt ihr nicht? Scheiße, sie sind durch. Schießt, 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 schießt. Obwohl, dass die auch schießen können. Komm mal an die Front. Oh, Verluste. Die kommen nicht durch. Ach. Was? Roger that. Any orders? On your orders. Order, sir. My bow and arrows are ready. Your sniper at your service. That's a certain deal. Habt er. Gut. You are gonna pay me for this, right? Schnell wieder voll machen. What? Are there other units to bother? I says, viele. Let's go. My bow and arrows are ready. I need to kill something. Okay. Your sniper at your service. Yeah. So, jetzt hab ich natürlich nirgendwo mehr Truppen drauf, ne? Nicht so geil. Geht ihr mal bitte hier. Geht ihr mal bitte. Ne, der ist gar nicht mehr so wichtig. Hier drauf. Nicht so viele. You are gonna pay me for this, right? Wie viel können da eigentlich drauf? Also vier ist mir klar. Aber geht auch noch ein fünfter? Ne, es sind vier. Okay, dann kannst du wieder gehen. Ähm, hier ist besetzt. Hier ist besetzt. Da ist immer zu viel. Dann machen wir... Im Prinzip hier noch einen Shooter drauf. So, 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 so. So, so, so. Was? Letzte Nacht war amazing? Was? Wie meinst du das? My rifle is ready. Yes, sir. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. Untertitelung des ZDF, 2020